Herr Präsident, meine Damen und Herren, nachdem jetzt hier alles Wichtige und Richtige und Ernsthafte gesagt wurde, dem wir selbstverständlich zustimmen, habe ich Ihnen noch ein kleines Gedicht mitgebracht von einem Macho, ist schon länger tot, das ist ziemlich genau 100 Jahre alt, ihm ist zu dieser Thematik seinerzeit etwas aufgefallen und das kommt hier zum Ausdruck. Es geht so, wie reizend sind die Frauen, nur sie sind unser Glück, sie sind, das weiß ein Jedermann des Herrgotts Meisterstück. Nur eines macht mich stutzig, Gott schuf für uns die Frau, er selbst jedoch nahm keine sich. Dazu war er zu, äh, schau mal an, er hielt die Frau sich ferne, denn er wusste, die Frauen herrschen gerne. Hätte er eine Frau genommen, da konnte es ihm passieren, da wäre er nicht der Herrgott mehr, da würde sie regieren. Otto Reuter Untertitelung des ZDF, 2020